Vielleicht auf dem Felsen oder unter dem Felsen. Wo würde ich hingehen, wenn ich sterben würde? Auf dem Felsen? Nein, vielleicht unter dem Felsen. Das ist eigentlich aber keine Wahl, wo ich sterben würde. Dann würde ich mich irgendwo hinstellen. So was glaube ich nicht. Wo würde ich einen Brief verstecken? Unter dem Felsen eigentlich. Ich würde ihn nicht auf dem Felsen tun, ich würde ihn unter dem Felsen tun. Oder in den Schatten, also so an den Felsen tun, weißt du was ich meine? Vielleicht bin ich da auch ein bisschen eigenartig. Es scheint wohl irgendeine Fähigkeit von Dorian zu sein, dass er Tote erwecken kann. Oder Feinde wiederholen kann, die wir getötet haben. Oder zumindest Abbilder von ihnen holen kann. Die wir getötet haben. Ein kleiner Mikroband. Interessante Felsformation. Hallo? Was ist das denn hier? Hat sich hier jemand einen schönen Abend gemacht? Mit Wein? Was jetzt ironisch wäre, oder was lustig wäre, wären wir ja jetzt eine... Na? Wenn wir jetzt da runter gehen würden und wir würden eine Leiche am Berg im Fuß finden von dem Felsen. Das wäre jetzt natürlich lustig. Aber das ist nur ein Karren. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas mit dem Wein hier oben zu tun hat. Die Bäume hier einfach so plötzlich. Sieht irgendwie ziemlich... Ja, so irgendwie ziemlich strange aus. Sieht noch nicht so aus, als ob hier irgendwann mal viele Bäume waren. Und das sieht einfach so aus, als ob... Als ob die da irgendjemand gepflanzt hätte. Und dann sind die da gewachsen. Auf magischer Art und Weise. Sieht schon ziemlich seltsam aus. Verdammt. Wo ist denn jetzt dieser blöde Brief? Wahrscheinlich bei dem Karren da hinten, oder? Aber warum sollte der Brief von einem Soldaten bei dem Karren sein? Ah, verdammt. Das sieht vielleicht schon so aus, als ob er von dem Wagen erschlagen wurde. Jetzt kommen hier schon wieder Wölfe? Ach, nö. So blöden Wölfe immer. Können wir hier gehen? Können wir irgendwie zum Lager reisen, oder so? Weil ich will nicht irgendwie nach Norden gehen. Und danach müssen wir wieder nach Norden. Wobei wir müssen die Flussufer kann die Sohn hier untersuchen. Auf dem her, passt das doch wirklich ganz gut. Ach, nö. Nein, ne, die ignorieren uns. Ignorieren wir die auch mal. Die blöden Viecher. Bartkratzen. Er juckt immer. Ab und zu. Da ist auch wieder so eine komische Filz-Somotion. Die sind hier überall. Da ist die Flussufer-Garnison. Na, nö, was ist denn für ein komischer Turm? Und die Statue ist ja vollständig. Die ist ja mal voll schlecht platziert. Siehst du, dass sie schwebt da. Oh, Mann. Ich glaube, das ist ein Gebiet, das sie ganz am Anfang der Entwicklung gebaut haben. Und nicht wirklich viel Zeit investiert haben. So ein Testgebiet sozusagen. Weißt du, was ich meine? So ein Entwicklungsstatus. Das erste Gebiet, das sie gebaut haben, um die Mechaniken zu testen. Und dann haben sie aus dem Gebiet irgendeinen Story-Bereich gemacht. So wirkt das auch so ein bisschen. Deswegen ist das so ein wenig... Ja, nichts Besonderes. Das soll das aber auch so sein. Ein bisschen trostlos sein. Das wäre auch dein letzter Niederlage geworden. Aber hier ist auch noch was von der Garnison übrig. Flussufer-Garnison. Dieses alte Bauwerk stammt noch aus der Zeit, in der die Dales das Königreich der Elfen waren. Es ist inzwischen verfallen und niemand weiß mehr, welchem Zweck es bei den Elfen diente. Große Herzog-Gaspards Truppen haben es zu Beginn des Orlesianischen Bürgerkrieges eingenommen und zu einem Außenposten umfunktioniert. Das ist keinem besonders guten Außenposten. Was ist das denn hier? Aber immerhin. Dann. Haben die hier Dämonen-Probleme? Das sieht eigentlich vollkommen normal aus. Ist ein bisschen grünlich. Haben die zu tief gegraben? Äh. Was war das denn hier? Steigen gar nicht mehr Elfen-Dämonen hier, oder was? Na, verdammt nochmal. Welche Blumenschützen. Was war das denn hier? So. Und der Zweite. So, wenn wir wieder die Energie zu verstören, halt sie zu stören. Ja. Was ist denn hier? Was ist da hin? Ach, da. Was im Nichts schließen? Die haben hier tatsächlich ein Dermuhl-Problem. Also, damit sollte die Garnison, äh, die, äh, äh, da musste ich niesen. Ich glaube, man hat es nicht, man hat es nicht wirklich gehört. Wenn doch, dann Entschuldigung. Äh, jetzt müsste die Garnison jetzt sicher sein, oder? Haben wir hier? Oh, Seidenbrockart. Was haben wir denn hier? Ah, wieder ein Gezränk. Ausklang von Massard. Die letzte Abfüllung der legendären Winzer Feralds vor der Teilung ihrer Ländereien. Er bewegt sich im Glas so träge wie ein sturer Erbe und geht so leicht über die Zunge wie Wurst, die nicht zurückgenommen werden können. Also gar nicht. Er stickt man wahrscheinlich dran, wenn man ihn versucht zu trinken. Und wir das Horn-Signal geben, das Signal, dass hier alles sicher ist. Was sind das hier? Komischer Baum. Sie fässt nicht aus wie ein Baum, ne? Komisch, 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 komisch. Elfen-Architektur ist komisch. Sieht so menschlich aus. Also die Architektur ist auf einige Einzelheiten, die dann irgendwie anders aussehen. Der Turbogen hier zum Beispiel ist eindeutig elfisch. Aber die Mauern sind eindeutig menschlich. Flechtriebe. Oder sehen zumindest menschlich aus. Bei Elfen, dann müssten da theoretisch... Also zumindest war es ein Origin, glaube ich, noch so, dass da viel mehr Verzierungen drin waren. Hm. Nicht so laut. Gut. Wir haben die verschwundene Garnison gefunden. Da haben wir noch Risse zu erledigen. Wir müssen noch das Hauerz eines Schneewiwern... Was macht denn ein Schneewiwern hier? ...holen. Und wir müssen hier noch einen Hildebrand töten. Ein Sir Hildebrand. Und hier müssen wir noch ein Lager errichten. Dafür müssen wir allerdings den Auftrag abschließen. Weil ich ja nicht durchkomme. Scherben müssen wir noch suchen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Also nicht das hier. Sondern... Was machen wir denn jetzt? Wir müssen ja auch noch zu den Dalish-Elfen gehen. Warte mal. Jetzt kann ich doch alles hier. Viel besser Übersicht. Wir haben eine viel bessere Übersicht. Wir müssen noch Gruben in Brand stecken, um die Untoten zu vernichten. Wir müssen das Hauerz eines Schneewiwern erholen. Wir müssen Briefe finden. Wir müssen das Lager der Dalish finden, um eventuell mehr über das Gebiet zu erfahren. Noch mehr Lager errichten. Das letzte können wir nicht errichten. Da müssen wir den Auftrag abschließen, wie gesagt. Risse müssen wir noch zwei abschließen nehmen. Wir müssen noch sechs Risse schließen. Zumindest bisher. 16 Scherben finden. Da haben wir noch Sehenswürdigkeiten. Hildebrand töten und Wertgegenstände des Bauern müssen wir noch finden. Aha. Wo sind die Wertgegenstände des Bauern? Das ist das Lager der Dalish hier unten. Wenn ihr die Wertgegenstände des Bauern ist da. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal hier hin. Das heißt, nein, ich gehe jetzt mal zurück in die Himmelsfeste. Wo ist denn die Himmelsfeste? Genau hier. Und dann gucken wir mal nach, ob wir eventuell den Einsatz starten können, um die Felsen da abzutragen. Um dann das Lager zu errichten. Und wenn das nicht klappt, dann beende ich die Aufnahme. Wenn das klappt, dann errichten wir das Lager und dann beende ich die Aufnahme. Weil ich nehme hier sowieso schon wieder fast zwei Stunden auf. Und so langsam tut mir der Hintern weh vom vielen Sitzen. Ich mache den ganzen Tag eigentlich nichts anderes, als zu sitzen oder in irgendwelche Tabellen reingucken. Das ist anstrengend für die Hintern, die ganze Zeit zu sitzen, auch wenn der Stuhl eigentlich recht bequem ist. Irgendwann geht es eben auf Sitzfleisch. Ist das Feuer hier neu? Warte mal, bevor wir das jetzt machen, gehe ich mal kurz in die Krypte. Und äh, da müssten wir nämlich einen neuen Thron freigeschaltet haben, wo der einen Zusatz für einen Thron, der für den Inquisitions-Thron. Da müssten wir noch einen Zusatz freigeschaltet haben. Den will ich mir mal angucken. Na, hey, Rit. Ah, lustige Idee. Banner. Da haben wir die Inquisitions-Banner. Wir hätten auch allerdings noch ganz viele andere Banner. Die finde ich allerdings nicht so toll. Ein Bett. Na, wir haben ein Feiermarsch und ein Bett. Vorhänge. Keine Vorhänge. Wappen. Inquisitions-Wappen gefällt mir ja nicht ganz gut. Warum sollten wir was anderes sein, denn? Dekor. Standard. Feralden. Olé. Ein Marsch. Ich glaube, ich nehme mal das Feralden-Dekor. Mal gucken, wie es aussieht. Und dann nehmen wir mal den Inquisitions-Thron. Wahrscheinlich ist nur das Feuer neben dem Thron neu. So. Gucken wir mal nach, was sich hier geändert hat. Da müsste es doch theoretisch auch Feraldisches, äh, ne, Inquisitions-Dekor geben, oder? Oder wäre das das Standard? Holz-Kisten und Holzfässer und Holzstühle. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt Feraldisches, das ist die Chor. Nja, naja. Naja. Es ist eben. Naja. Kriegshunde. Rassurierbar. Aha. Gute Arbeit. Zubilder Stein aus dem Forstgipfelgeburge. Einen Entwurf einmal an und lässt ihn dann von seinen Lehrlingen für den Verkauf kopieren. Ich fragte die Händlerin, warum dieselbe Pose zwei verschiedene Bedeutungen hat. Sie antwortete, verkauf dir lieber nur eine Statue oder gleich zwei. Eine kluge Frau. Ja, es ist, es ist nett, aber auch nicht das Wahre. Und was ist hier jetzt? Euer Nimmts Ruhen? Die Messer, oder was? Oder die Fackeln dahinter? Gut, jetzt lassen wir das Feraldische Dekor erstmal drin. Wir können uns ja später mal was anderes angucken. Jetzt gehen wir erstmal zum Kartentisch gucken nach, wie es mit unseren Aufträgen aussieht. Und ob wir den Einsatz starten können. Wir haben eben wohl zugegeben, dass die nicht so spannend sind. Da hab ich mir irgendwie mehr von erhofft. Die sind relativ langweilig im Kampf gegen Untote in einem relativ langweiligen Gebiet. Naja. Hätte besser sein können. Alle beschäftigt, oder? Alle beschäftigt. Wo ist denn das überhaupt? Wer wäre das denn überhaupt? Ah, ich schaffe wieder Zugang zu Gila Heinz Hein. Ein Bericht der leitenden Technikerin. Wer sieht denn aus, um etwas zu finden, das die Elfen begraben haben? Oder etwas, das mit ihnen begraben wurde? Wer weiß, werden wir schon noch ausfinden. 170 Fässer Starkbier. Für die Arbeiter natürlich. Aber kostet 5 Macht. Der Durchgang wurde freigeräumt und abgesichert. Der Zukunft zum Heim ist gewährleistet. 170 Fässerbier sind nicht annähernd genug für 15 hart arbeitende Männer und Frauen der Inquisition. Werde ich mir merken. Beim nächsten Mal werden es eben das Doppelte. Dann ziehen wir da mal wieder hin. Varick. Ich glaube, Dorian brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder ich glaube, wir haben jetzt... Ne, brauchen wir nicht mehr. Dann nehmen wir Cassandra mit und dann nehmen wir Vivian mit. Dorian hat jetzt in dem Gebiet keine Quest mehr, aber mit Vivian müssen wir noch Bücher sammeln und wir müssen den Schneewövern erledigen. Hörluck. Hehe, sie dumm aus. Diejenigen, die erobern wollten, den Himmel mit Gewalt zerstörten ihn. Als golden und rein war, wurde schwarz. Laut Koryphios war es bereits schwarz, aber ob wir dem glauben können oder nicht, das ist die Frage. Ich tippe ja auf glauben können eigentlich. Also ich tippe darauf, dass er uns nicht anlügt. Na nö. Gurgut. Was ist denn ein Gurgut? Wir müssen erstmal Vivian leveln. Können wir das Lager aufbauen, wenn wir schnell sind? Ich denke, dieser Ort würde sich für ein Lager eignen. Ich weiß, ich will Rückzug machen und es aufbauen. Warte, das geht nicht. Schade, nett, wenn ich nicht unterstütze, wenn ich meine Soldaten gehabt habe. Na gut, muss ich was suchen. Alter. Was ist denn ein Gurgut? Wir sind gar nicht bestrecklich. Wir sind hier ein bisschen rein, die wirkern uns auf Stronghold 2. Da kommt ja noch einer. Ja, verdammt nochmal. Kostigerweise fliegen wir das ganze Zeug noch nicht ab, ne? Au! Und in die Trios erinnern sie mich auch so ein bisschen. Was sollst du mit dir? Na gut, nur jetzt. Die Affinity ist nicht das Schönste, was sie in der Tour ausgeschwiftet hat. Ha. Was soll das denn? Der Heiden ist gesäubert, aber was war das? Eine Art Wirworn? Es gibt nichts zu berichten, Chef. Sag bloß, sie sind jetzt verschwunden. Wenn die jetzt verschwunden sind, dann kotze ich ab. Ein Wirwornherz. Aha. Oder wenn wir nicht mehr drauf zugreifen können. Flechtreber. Juhu. Ich glaube, einer von denen ist irgendwie unter dem Zelt oder so. Dann sind wir noch vorbei, bitte. Ja, nicht unter dem Zelt, aber... Ja, unter dem Tisch. Ach, wir können es nur dann. Kehlhaut. Und Wirwornherz. Der war doch nur eine Quest mit dem Wirwornherz. Christian in Sümpfen. Ah, irgendwie... Lutsteinstudie, oder? Schafft die Regulierungen. Rat eines Vaters. Trauer überlassen. Irgendwas mit Wirwornherz. Sammelquests vielleicht. Geschlossene Quests. Stille. Andere Seite. Da war irgendwas mit Wirwornherz. Seit Igero groß, die ungefähr... Ungefährdet, um ungefährdet ein Lager aufschließen zu... Aufschlagen zu können. Okay. Nichts mit Wirwornherz. Ganz komisch. Das war doch irgendwas mit Wirwornherz. Hm. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Tränke ausrüsten. Das war jetzt nochmal die Krise. Ach, hier. Dann gibt's mal eine neue Quest. Profizier. Ja, ja. Setzt mich... Keine Rückmeldung ist abgeschlossen. Jetzt kommen die ganzen Meldungen wieder. Da, er wird meine Schrift über Techniken Champions. Da, da, da. Über Riedium brauchen wir wieder ein neues. Scheiße. Ich schaffe die Proben für die Studie. Aha. Was ist denn für die Studie? Ist ja auch egal. Was ist das hier? Wie komischer Hain. Was haben die Elfen hier geheim gehalten? Ein Riss. Was ist das hier? Wenn wir die sich hier eingemistet haben. Dann gibt es doch mal. Na, komm schon. Zweite. Zweite ist. Ja, komm. Ein Dämon, der verzweifelt. Ein Dämon, der verzweifelt. Das ist nicht gut. Ach, verdammt nochmal. Ich weiß, was ich habe jetzt gar kein Pack auf die. Wenn ich jetzt noch ins Gebiet kommen würde, wäre das super. Wunderschön, wie die sich hier bei mir bewegt haben. Aber ich frag mich trotzdem, wo wir hin müssen. Oder was es hier gibt. Obsidian. Aha. Plus zwei Macht. Weil wir den Riss geschlossen haben, oder weil wir den Riss gefunden haben? Obsidian Entertainment. Hihi. Was ist das denn für ein unglückliches Gesicht? Oh. Hier geht es einfach wieder raus. Ist ja interessant. Ach, hier geht es weiter runter. Hier gibt es wieder irgendwas zum beanspruchen. Das ist ein Moseikteil. Die tote Hand. Die große Steinheit war mir ein absolutes Rätsel. Man sollte annehmen, dass sie einst Teil einer vollständigen Statue war. Doch angesichts ihrer Größe würde das behaupten, dass die gesamte Skulptur nun derart gewaltig sein muss, dass sie sich nur mit Obszönitäten beschreiben ließe. Und so stelle ich mir nur noch eine Frage. Wo ist der Rest der Statue? Es ist schwer vorbestellbar, dass etwas derart Riesiges einfach verschwindet. Aus einer Reise durch die Dales von Lord Harris Medford, einem Abenteurer. Die Frage stellt sich allerdings wirklich, wo ist der Rest der Statue, wenn es so ein riesiges Deal ist? Vielleicht war es eine Elfenstatue und alles, was von den Elfen übrig ist, oder fast alles, ist ja verschwunden. So auch die Statue. Oder die Statue ist unter der Erde. Das kann ja auch sein. Ist die irgendwie hier... Runtergefallen ist, oder abgerutscht ist. Ach komm schon. Also. Eis hat geholfen. Na nö. Es würde Solus bestimmt interessieren hier. Zuschauer, dass er nicht da ist. Hier muss schon seit Jahrtausenden keiner mehr gewesen sein. Oder? Ich meine, wenn es verschwüttelt war und hier ist nichts angetastet, hier ist ja alles nur verfallen. Ha. Seit wann können wir Schneierfeuer anmachen? Ich glaube, es ist vielleicht keine schlechte Idee, Solus hier mitzunehmen. Ich glaube, ich gehe mal wieder hoch und nehme Solus mit, oder hole ihn mal. Einfach nur, weil es eventuell keine schlechte Idee ist. Vielleicht kommt irgendwie... ...eine Art Wächter oder sowas, die prüfen, ob es Elfen sind, die hier eintreten, oder irgendein anderer Quatsch. Aber alles, was mit Elfen zu tun hat, müsste es wohl sehr interessieren. Mal gucken, ob wir überhaupt noch was zu sagen haben, jetzt, wo wir da schon drin waren. Mal gucken, ob wir da schnell mit dem Pferd zu unserem Lager hinkommen können. Wobei, was mache ich eigentlich? Ich kann da auch hin schnell reisen. Das ist ein Sumpflager, das gar nicht im Sumpf ist, sondern einfach nur in so einem komischen Heim. Ganz komisch. Und auch immer, das Sumpflager heißt. Vielen Dank.